herzlich willkommen hier zum weiteren folge hier war also 2 wir werden heute mal das zementwerk vervollkommenden später noch anliefern und zwar sand und kies wahrscheinlich auch nachher noch die anderen waren papier und so zeug wird erstmal hier die straße fertig bauen das heißt hier die umredung umrandung die umgebungsstrafe zu sagen weil aktuell ist ja hier so gestaltet das lieber hat ja zwei zugänge und die brauche ich auch werden mal kurz mal das heißt mal mit x um ändern glaube ich jetzt hier matsch nehmen bevor man hier asphalt asphalt sinnvoll auch nicht so groß hier ist immer was blockiert könnte ein fahrzeug sein aber da sind wir nebensächlich das geht ja darum dass ich eine straße ein weg hinmalen da müssen meine ich persönlich würde auch ohne weg gekommen aber optisch jetzt besser aus wenn da eine straße ist und so freischauen der rest kann so bleiben original das ist sandig und so den waldweg auch schon so so das textur asphalt das passt zwar hier nicht so sehr aber gut jetzt haben wir mal ein hänger rein sand und oh der wilde kommt zurück der wilde fahrer vor einer brücke vor einer brücke aber die brücke brauchen wir dringend dringend ja ne aber braucht sie zement das heißt sie müssen hier mal was zement herstellen das ist ja mein problem müssen wir erstmal den ersten anhänger nehmen ja genau später können wir hier noch was anderes herstellen ne äh pflastersteine und so ein zeug das auch noch ne öffnung hätte man auch nutzen können ne holen wir gleich mal ne fuhre kies den rest kaufen wir mal ganz kurz zu in kleinen mengen hier ist sogar Wasseranschluss ob das jetzt Absicht ist ich weiß nicht ne also wäre ja ganz praktisch ne so wo man kies naja hier ist schon ganz gut hier wenn wir eine straße gebaut haben können wir ein bisschen ein motto dass wir fahren keine zwei richtungen sondern nur eine zumal wir auch kaum wenden können ne also ich könnte vielleicht wenden mit einem kleinen fahrzeug aber mit autodrive ist schon besser wenn wir hier im lkw arbeiten mit kleiner straße komm mal rum ist ja ein loch und tor da ne im zaun ne da hat ja jemand ein loch gelassen gleich mal ein bisschen kies holen die produktion läuft ja ganz gut dann können wir gleich einen rest zukaufen also wo drauf fehlt ein bisschen zukaufen kann er nicht sagen braucht ja Zement für den Weg ne sozial nix wenn wir ein Zement haben dann können wir mal Zement liefern dann können wir sagen wirklich was im Bau werden wir fahren noch einmal das Rand hin und wenn wir immer das Zement Zementproduktion läuft dann können wir einmal sehen dass wir unsere ja unkopfbekämpfung abschließen ne 3 war ja noch glaube ich oder nur noch die 4,5 und 6 werden wir gleich sehen schau mal gleich an mal gleich wenn wir dann den zweiten Anhänger voll machen mal gleich wenn wir dann den zweiten Anhänger voll machen so ich habe ja paar punkte übersehen ne also 13 habe ich schon gemacht ja trotzdem so unkraut ja ich habe nie alles gemacht aber nochmal so aber zwei stellen sind da habe ich gesagt 3 3 ich habe den ja schon hingestellt den glaube ich ne 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 da habe ich immer voll machen gestellt ja auch die Frage ne na die 4,5 und 6 auf jeden Fall und die 7 populaktisch das andere sehen wir später oh da kann man durchgucken so das läuft so einigermaßen Brückenbau kann dann loslegen ja so so im grunde fehlt noch split als grober ja anteil mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem potter bezeichnen könnte auch ne so so kommt wasser hin in diesen haaren kannst du einmal wechseln haben wir hier auf den haaren oder ist jetzt hier muss ich mal gucken erst mal kaufen müssen wie viel ein bisschen natürlich auch zu schön eben muss ja hier was wir achten wir haben jetzt sand wasser so wasser wir brauchen noch kies gut wasser wir kaufen mal 10.000 können auch mehr kaufen oder ihr wollt ja mal sehen dass wir da anfang haben hier auch wie gesagt da ist man nur dass man bis zum endkriegen aktiv das machen wir mal aus erst mal schwerpunkt für zum end der ball ist da hier wasser muss dann hier irgendwo sein müsste müsste ich habe ja wasserwagen da werden wir ganz kurz auch nutzen überlenkung mensch geht zwar nicht so wie ich gewohnt bin aber es geht stelle ich hier mal hin parken wir hier mal dann hier sind wir ne da nicht am anderen ende der welt sind wir da muss man jetzt mal ganz ja was testen sagen wir mal so ganz vorsichtig ich teste dann mal wo ich abkippen kann und dadurch den wasserhahn hinstelle das funktioniert das weiß ich auch nicht aber das könnte ja sein ne ich geh von aus hier ist der zement weg äh giesberg ne wir brauchen kein wasser wer ein ding uns geben würde für diese schau mal deckel auf ich bin ja nicht ganz sicher das muss aber könnte ja sein ne obwohl eigentlich hinten auf heißt ne vorne hier sind die paletten das ist kein thema müsste eigentlich hier sein normalerweise ja wenn das hier ist dann muss den wasserhahn dahin stellen sehe ich nur ein wasserhahn ach das ist doch nicht so ein ding wie ich dachte ich dachte das wäre so ein ding wie bei den kuh stellen hier auftreten kann dann bitte mal ne ja auch das springen ist gut aber das wird nicht gehen weil ich denke das sieht nur symbolisch aus ok wäre auch zu einfach gewesen dann haben wir schon mal zement das garantiert erzeugt werden und dann entsprechend mit lkw gefahren werden wir lassen mal abkippen und eine weile stehen da kann ja man über nacht arbeiten morgens zement fertig so ich fahre noch eine fuhr sand richtung baustelle das brauchen wir noch das machen wir auch noch heute fertig dann kann man ja auch theoretisch irgendwo mal einen kleinen transporter nehmen und sagen hier fahr mal mit einem kleinen anhänger immer fleißig sand und kies dahin ne immer zwei fahrzeuge normalen traktor dann hast du gut zu tun dann wärs mal froh an den wurscht ne immer wird der voll bezahlt ne muss voll durchdrehten nichts passiert hier schreibe ich mal gleich null wer weiß was ich da eingeschaltet habe hätte es auf dem früher aufmachen können ne dann können wir noch ein bisschen abkaufen oder ja das war nix heute mehr ne so liebe Schauer das soll es dann auch für heute gewesen sein bitte auch noch einen schönen Rest Sonntag ich hab ich den anderen nicht vergessen ja sag mal schön danklos reinschauen schau oh kies was alle gute nacht gute nacht ja gut für heute ja schönen dank tschüss und tschau tschau ja morgen geht es hier weiter in dem marsch mit Brückenbau tschüss 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 tschüss